PIVAX in 60 Sekunden. PIVAX gehört zu den Kryptowährungen, ist also ein Zahlungsmittel. Die übliche Abkürzung für PIVAX ist PIVAX und PIVAX gibt es seit dem Jahr 2016, damals gestartet unter dem Namen Darknet mit der Abkürzung D-Net. Was ist das Besondere an PIVAX? PIVAX hat einen starken Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz. So sind Transaktionen bei PIVAX durch das Zero-Coin-Protokoll anonymisierbar. Außerdem bietet PIVAX eine interessante Variante des Proof-of-Stake als Konsensmechanismus an. Hierbei kommen die sogenannten Seesaw-Rewards zum Einsatz. Das bedeutet, dass die Anzahl der ausgegebenen Coins an die Anzahl der Masternodes angepasst wird, was zu einem insgesamt stabileren Netzwerk führen soll. Schließlich sind für PIVAX noch viele weitere Projekte geplant, unter anderem eine dezentralisierte Exchange. Hier lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Roadmap zu schauen. Von PIVAX werden pro Jahr rund 21 Millionen Coins generiert. Die Blockzeit beträgt 60 Sekunden und als Hashing-Algorithmus kommt Quark zum Einsatz. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war PIVAX in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, welche Coins euch noch interessieren und teilt das Video mit Freunden, die sich für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.